Unter Gesundheitsverhalten stellen wir uns oft nur Themen vor wie Sport, Ernährung und Substanzkonsum wie Rauchen oder Alkohol. Ein Underdog, den wir wenige beachten, ist der Schlaf. Wegen seiner Alltäglichkeit denken wir kaum über ihn nach, zumindest so lange nicht, bis er zum großen Problem wird. Zum Beispiel, wenn wir die Nacht durchgemacht haben und uns am nächsten Morgen ziemlich mies fühlen oder wenn wir abends einfach nicht einschlafen können. Auch schon unser alltäglicher Schlafmangel kann weitreichende Effekte haben. Und wie wir wieder zu einem gesunden Schlaf zurückkommen und die positiven Effekte davon erreichen, das zeigen wir euch heute in diesem Video. Quellen wir immer in der Videobeschreibung. Wir werden erstmal darauf eingehen, warum schlafen wir überhaupt. Dann gehen wir dazu über, zu schauen, was passiert, wenn wir nicht genügend schlafen, also die Effekte von Schlafmangel. Dann schauen wir uns noch kurz an, wie viel braucht überhaupt ein Mensch an Schlaf. Und damit unser Schlaf wieder gesünder wird, schauen wir uns an, welches Verhalten brauchen wir dazu und wie können wir es langfristig umsetzen mit bestimmten Strategien. Warum schlafen wir? Es gibt allgemein zwei Theorien, warum wir schlafen. Erstmal Adaption und zweitens Restauration. Was Adaption bedeutet, ist, dass wir uns anpassen an die Umwelt. Früher haben wir in der Wildnis geschlafen, wo es Raubtiere gab, die einfach besser gesehen haben in der Nacht als wir. Und es könnte sein, dass sich unser Körper gedacht hat so, nee, ich habe irgendwie keine Lust in der Nacht gefressen werden von Raubtieren und deswegen kannst du dich jetzt einfach nicht bewegen. Und als Bonus gibt es dazu, dass wir Energie sparen. Nämlich dadurch, dass wir uns erstens nicht bewegen und zweitens wird auch unsere Körpertemperatur runtergefahren. Man kann sozusagen den Schlaf als unseren Energiesparmodus und Versteckmodus ansehen. Die zweite Theorie ist die Restauration. Was Restauration bedeutet, ist, dass wir uns wiederherstellen können von den Belastungen des Tages. Wenn wir zum Beispiel eine lange Wanderung machen, dann können wir uns teilweise dadurch erholen, dass wir uns einfach hinlegen und relaxen in einem Liegestuhl. Allerdings, damit wir wirklich wieder komplett fit sind, sollten wir in der Nacht schlafen. Und wo das besonders bemerkbar ist, ist, wenn wir nach einem langen Tag komplett fertig sind und müde. Da hilft es nicht, wenn wir die ganze Nacht lang Netflix schauen, sondern wir müssen uns wirklich hinlegen und schlafen. Und was passiert, wenn diese Restauration nicht stattfindet? Dazu kommen wir im nächsten Abschnitt. Welche Effekte hat Schlafmangel? Wenn wir eine Nacht durchgemacht haben, dann merken wir am nächsten Morgen, wir fühlen uns schon deutlich anders, als wenn wir ausgeschlafen sind. Was wahrscheinlich als erstes auffällt, wenn wir in die Vorlesung oder den Unterricht gehen? Unsere Konzentration ist ziemlich mies. Wir kriegen wirklich wenig vom Unterricht mit, muss man einfach sagen. Und damit verbunden ist auch die Reaktionsfähigkeit deutlich schlechter. Wenn uns was gefragt wird, müssen wir ein gutes Stück länger nachdenken und Übungen fallen uns auch nicht mehr ganz so einfach. Eine Studie hat auch gezeigt, dass wenn wir 17 bis 19 Stunden wach sind, also sagen wir, wir stehen um 7 Uhr morgens auf und bleiben wach bis Mitternacht oder 2 Uhr, dann ist unsere Reaktionsfähigkeit genauso schlecht, als hätten wir 0,5 Promille Blutalkohol, also das Level, wo Autofahren verboten ist. Das spricht schon einiges dafür, was Schlafmangel bewirkt. Um nochmal auf das Schulbeispiel zurückzukommen, wenn wir auch wirklich was vom Unterricht mitkriegen, ist das Problem, wir merken es uns auch deutlich schlechter. Die Strategie also, in der Nacht vor der Klausur oder Schulaufgabe alles zu lernen, ist nicht gerade optimal. Wir nehmen zwar die Informationen wahr, wir speichern sie aber deutlich schlechter ab. Und nicht nur für die Uni und die Schule ist es wichtig, dass wir genügend schlafen, auch dafür, dass wir uns gut fühlen. Wenn wir nämlich unausgeschlafen sind, dann reagieren wir deutlich negativer auf unsere Umwelt. Wir fühlen uns schlechter und wenn wir lange aufgeblieben sind, merkt man am nächsten Tag schon so, hm, meist gerade ein bisschen down. Auch unser Körper ist betroffen von Schlafmangel. Ein Faktor ist, dass wir erstmal mehr essen, wenn wir unausgeschlafen sind. Und auch das Abnehmen fällt nicht so einfach auch dadurch, weil unser Stoffwechsel verlangsamt ist. Und wenn wir Masseaufwand wollen im Fitnessstudio, wenn wir Muskeln haben wollen, ist es auch von Vorteil, wenn wir genügend schlafen, weil wir uns dadurch einfach besser regenerieren können. Auch unsere Krankheitswahrscheinlichkeit steigt, wenn wir unausgeschlafen sind. Kurzfristig steigt unsere Wahrscheinlichkeit, an Erkältungen und an Grippe zu erkranken. Langfristig kommt auch noch hinzu, dass unsere Wahrscheinlichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken steigt. Was genau genügend Schlaf ist, damit wir diese Effekte vermeiden können, dazu kommen wir jetzt. Wie viel Schlaf brauchen wir? Schlafgesellschaften empfehlen, dass wir um die 7-9 Stunden schlafen. Allerdings ist die deutschlandliche Schlafenszeit auch vom Alter abhängig. Wenn man 13 Jahre alt ist, ist es noch komplett normal, 10 Stunden zu schlafen. Während im späteren Erwachsenenalter richtet es sich eher so an die 7-8 Stunden. Wie viel man selbst an Schlaf braucht, kann man aber ziemlich gut auch selbst einschätzen, wenn man kein Koffein trinkt, also zum Beispiel Kaffee und Energydrinks. Man sollte sich während dem Tag ziemlich wach fühlen. Wenn man aufsteht, wird man sich aber natürlich immer erstmal etwas müde fühlen. Welches Verhalten führt zu gesünderem Schlaf? Manchmal ist es nicht ganz so einfach, auf diese 7-9 Stunden Schlaf zu kommen. Es kann sein, dass wir unsere Einschlafzeit weiter hinaus zögern oder dass wir einfach zu früh aufwachen oder sogar mitten in der Nacht aufwachen. Ein paar Verhaltensweisen können uns helfen, dass wir besser einschlafen und auch wirklich durchschlafen. Das erste, was wir machen können, ist in der Früh an Sonnenlicht zu gehen und auch den Tag über und abends dann das Zimmer dunkel zu halten. Das hilft uns, dass sich unsere innere Uhr anpasst an den Tag- und Nachtrhythmus und wir zu den passenden Zeiten wach und müde sind. Was auch helfen kann, ist Sport, wie auch bei vielen anderen Sachen. Man sollte nur darauf achten, dass es nicht drei Stunden vor dem Schlafengehen ist, aber ansonsten hilft es uns, dass wir am Abend erschöpft genug sind, um schön einzuschlafen. Was wir auch nicht drei Stunden vor dem Schlafengehen machen sollten, ist zu essen. Besonders schwere und fettige Speisen können dafür sorgen, dass wir uns etwas unwohl fühlen. Auch beim Trinken sollte man darauf achten, dass Alkohol zwar beim Einschlafen helfen kann, allerdings die Schlafqualität darunter leidet. Und Koffein ist auch so eine Sache, die sollte man nach so vier Uhr nachmittags nicht mehr trinken, da auch wenn wir den Effekt nicht mehr direkt merken, kann das Einschlafen schwieriger sein und unsere Schlafqualität dadurch gestört sein. Man sollte auch darauf achten, damit man müde ist am Abend, dass man keine Nickerchen nach so vier Uhr nachmittags macht, damit man halt wirklich auch die Müdigkeit zum Einschlafen am Abend hat. Das Bett sollte auch nur genutzt werden zum Schlafen und nicht zum Arbeiten, weil man will wirklich das Bett mit Einschlafen assoziieren. Damit diese Assoziation auch stärker ist vom Bett und Einschlafen, sollte man fixe Einschlaf- und Aufstehzeiten haben. Manchmal nicht ganz so einfach, aber wie wir das langfristig umsetzen können, dazu kommen wir später. Damit wir auch wirklich einschlafen können und nicht einfach gestresst im Bett liegen, kann es hilfreich sein, ein paar Entspannungsrituale zu haben. Es kann zum Beispiel einfach sein, Musik zu hören oder ein Buch zu lesen oder wenn man es ein bisschen anflussvoller haben will, zum Beispiel psychologische Techniken wie progressive Muskelrelaxation oder Fokustechniken. Was nicht geeignet ist zum Entspannen, ist das Handy. Erster Punkt ist, meistens bleiben wir dann länger am Handy hängen. Zweitens, das Licht kann dafür sorgen, dass sich wieder unsere innere Uhr etwas verschiebt und wir wieder wacher werden. Ein kleiner Trick, der auch noch helfen kann, ist das Fenster aufzumachen vor dem Schlafengehen. Wenn unser Zimmer kühler ist, können wir einfach leichter einschlafen, weil beim Schlaf eben auch unsere Körpertemperatur ein bisschen abfällt. Und wie wir diese Verhaltensweisen auch langfristig umsetzen können, das zeigen wir euch jetzt. Wie kann ich mein Verhalten verändern? Manchmal ist es gar nicht so einfach, auch wenn man weiß, was richtig ist, das Richtige zu tun. Und das gilt auch für Schlaf. Man weiß zwar, man sollte rechtzeitig ins Bett gehen, weil es halt Vorteile bringt. Allerdings ist vielleicht manchmal doch ganz verlockend, noch eine Folge Netflix zu schauen. Oder man muss vielleicht auch einfach noch was für die Uni tun, weil man es aufgeschoben hat. Um auch wirklich langfristig diese Verhaltensweisen umzusetzen, gibt es ein paar Tricks, die man einsetzen kann. Ich werde jetzt erst mal gleich drei nennen und ein Beispiel bringen, wie das genau aussehen kann. Erstens, man kann Intentionen setzen. Zweitens, dann Wecker dafür stellen. Und drittens, die Rituale langsam aufbauen. Zum Beispiel kann man sich einen Wecker für 22 Uhr stellen und sich aufschreiben, um 22 Uhr werde ich das Fenster im Schlafzimmer aufmachen. Und für eine Woche wird man einfach, wenn der Wecker klingelt, immer das Schlafzimmerfenster aufmachen. Eine Woche darauf stellt man sich auf, nachdem ich das Fenster aufgemacht habe, werde ich mich bettgefährlich machen und Zähne putzen. Eine Woche wieder darauf, nach dem Zähneputzen werde ich meine Geräte ausschalten und noch eine Woche später darauf, ich werde noch ein Entspannungsritual hinten dran setzen. Und damit das Ganze auch wirklich klappt, sollte man den Tag auch so planen, dass man am Abend nicht mehr arbeiten muss. Also optimal wirklich die wichtigen Sachen am Vormittag machen und schauen, dass man mit der Aufgaben des Tages zum Abend hin auf jeden Fall fertig wird oder die am nächsten Tag zu machen. Manche würden jetzt denken, ja okay, ist aber doch relativ fleißig, wenn ich auch am Abend arbeiten würde. Das Problem ist, wenn man deswegen weniger schläft, leidet die Arbeit wieder am nächsten Tag darunter. Und deswegen sollte man sich wirklich die positiven Effekte des Schlafes nochmal vor Augen halten und der Wichtigkeit bewusst werden, dass man diese Verhaltensweisen auch wirklich umsetzt. Ich hoffe, ihr konntet lernen, warum Schlaf so wichtig ist und wie ihr langfristig auch diese Verhaltensweisen umsetzen könnt, um einem besseren Schlaf und zu mehr Wohlbefinden zu kommen. Wenn ihr noch Interesse habt an weiteren Videos zur Gesundheit und Psychologie, schaut auf unseren Kanal. Und wenn ihr noch vertieftes Interesse zu Schlaf habt, kann ich euch noch den Instagram-Kanal eines befreundeten Teams empfehlen, der Schlaf lernen heißt. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit.